Hallo, ich mache eine Ausbildung bei Ecke. Warum? Weil es ein sicherer Ausbildungsplatz mit Zukunftschancen ist. Am besten zeige ich mal, wie die Ausbildung bei Ecke so läuft. Was wir hier lernen, können wir sofort anwenden. Teamwork wird bei uns großgeschrieben. Und so können wir zusammen unser erlerntes Wissen eigenverantwortlich anwenden. Man sieht, Ecke schafft die Basis, um erfolgreich durchzustarten. Jeder, der seine Ausbildung gut abschließt, hat eine Jobgarantie. Und will man den Betrieb besser kennenlernen, kann man ein Praktikum machen. Oder man macht es wie ich. Einfach bewährten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017